Seit 100 Jahren helfen tausende von Mitgliedern der Bergwacht Menschen, die in Not geraten sind. Ob das beim Klettern, beim Wandern, beim Skifahren oder anderen Tätigkeiten in der freien Natur ist. Und sie machen das alle ehrenamtlich, unentgeltlich, freiwillig, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann immer sie gebraucht werden und völlig unabhängig von den Witterungsverhältnissen. Dazu ist notwendig, dass sie eine anspruchsvolle Ausbildung haben, sich ständig weiterqualifizieren, auf dem neuesten technischen Stand auch bleiben. Und das alles ist nur möglich mit einer großen Disziplin, mit großartigem persönlichen Engagement, einem ausgeprägten Teamgeist und Kameradschaftsgeist und nicht zuletzt einer großen Hilfsbereitschaft. Allein im vergangenen Jahr waren es über 13.000 Einsätze, bei denen die Aktiven der Bergwacht Menschen geholfen haben, Verunglückten geholfen haben oder auch Leben gerettet haben. Von ganzem Herzen danke ich für diese großartige Hilfeleistung. Ich wünsche der Bergwacht weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche den Mitgliedern der Bergwacht und den Aktiven, dass sie Freude und Erfüllung in ihrer Aufgabe erleben, dass sie immer die entsprechende Anerkennung bekommen. Und vor allem wünsche ich, dass sie von jedem der Einsätze wieder gesund und unversehrt zurückkommen. Alles Gute. Alles Gute.